Guten Tag, ich bin alle froh, ich bin alle froh. Na ja, von der Ousfriede kennt die Päschen nichts. Meine und die können wissen, wie wir ein Auge laden zu Ankers, wie sind wir zu etwas. Heute sehen wir ein paar andere Menschen. Dort sind ein paar Weltmenschen und heute sehen wir, wenn sie auch wollen. Dort hat mich nicht zu sein und letztlich gefällt. Er kann mich so umtragen, wie ich wollte. Und wenn ich dort jankere, konnte ich noch ein kleines bisschen Make-up anhaben. Und heute wird sich dort gefällt, wenn ich mir noch die Bäume putzen wollte. So, dann dachte ich, das muss ich da noch. Und ich ging auf Google und bekäckte mir alles, weil die Menschen dann ihr Make-up anmerken. Ich wollte keinem so ein Tiedelich laden. Aber dort dreht mir Bild so sehr drauf. Und ich dachte, ich würde nicht so schwer sein, dass ich das nicht selbst kann. und dann habe ich mit meiner Mutter und meine Mutter das anmerken. Und ich dachte, ich habe viel mit meiner Mutter mit meiner Mutter kassen wollen, mit Hohndicke gefurft, mit so einer Zeich vor. Es würde vielleicht nicht so viel anders sein als dort. So, ich dachte, da würde ich mich dann kicken mit meiner Mutter an. Ich dachte, vielleicht finde ich noch etwas, was in meinem Jahr steht. Aber ich finde nicht viel. Klingt besser. Ich fuhre da noch ein kleines Päschen in der Stadt. Und da wären so viele Sachen in der Wartogonstrale und ich weiß nicht, was würde fein sein. Da wäre ein Sophronomes, Rimmel, ein Coviel, ein Meublin, ein Rablin, ein Loreal. Ich weiß nicht, was würde von der Pässe sein? Nein, ich nehme mich schließlich das Meublin. Ich dachte, das würde fein sein. Das haben vielleicht deutsche Menschen gemerkt, da hätte ich mir mehr gekauft. Und ich dachte, dort würde ich ein kleines Päschen. Dann fuhre ich noch ein Seidenherrn, der hat noch ein Päschen geworden. Ich wollte ein Töffel Gelb verbrauchen. Ich dachte, ich habe genug gefunden. Bloß dort für die Jürgen, die Jürgenbrühe, die Jürgenbrühe, das fand ich nicht. Dann kam ich in die Hüse, und ich dachte, meine Jürgenbrühe nach der Stadt, Schauwächs, da würde vielleicht auch noch etwas geschaffen. Ich dachte, meine Jürgenbrühe, würde ich dort machen. Und meine Brühe, Opa, ich wollte mal ein bisschen sein, wenn das geschaffen wird. Und abgefext haben wir abgehalten. Das schlägt dort so vielleicht fein Loden für das Overs. Das hatte ich mir stolz, die drei Loden zu merken. Das wird ebenso ein Klippes hier eng, von Anfang, aber ich habe mich fein genommen, ein paar Werk, drei, und ich würde nicht so marschig Sojasot knacken, und vielleicht ein paar Werenke, und dann entsteht ein ganzes Schieffall, und dann würde mir das vielleicht das Bild besser passen. Und dann habe ich mich da hineingebracht, mit den Böckenklippes hier anzuholen, damit ich dort keinen Tisch schlauzen, und dann brauche ich das vorherig. So dann habe ich mich noch fein abgedebert, mit dem Dürk, hafte Blumen, was dort ein Klippes hier bei passen würde, so dass ich dort fein würde. Ich hoffe, das sind mir nicht so oft die Ansicht der Frühs. Opa, das sind Engeländer, so ich wollte nicht, wie die wollen, was die wollen glauben. Opa, wenigstens auch, ich würde dann Meuk abhauen, nicht, wo die dann Fläche fallen. Und, ich fand ein paar Barschen, ich wollte nicht, dass das vorwärts vom Meuk abhauen, aber ich dachte, ich würde mir das Klippwäste bepenseln, so dann würde es schlaufen, huch, das ist schlaufe ich, und so dann würde es dann schlaufen. Ich wollte nicht, wo die Säure Menschen bepenseln, oder wo die das alle tun, aber ich dachte, und wo mir das alle weinhandelt, und mir gesagt, vielleicht klinkt ein bisschen bruner ist, vielleicht könnte mir die dunkle Stüren da ein bisschen verstärken, mit dem alle. So, ich glaube, das mit einem Jalwings, wenn ich Pakels habe, und ich glaube, wenn sich das gut bepenseln, dann kann sich die Pakels da dann alle verstärken. und ich glaube, da brauchen wir noch noch eine andere Barsch, damit sich da noch kein Geld erfüllen. Na, das ist so, das. Es ist nicht so zu sein, dass das so sein, aber ich dachte, dass würde ich mich da ein bisschen bepenseln, damit ich dann ein bisschen rote Baken habe. ich glaube, die tun, dass das immer so stört, weil das noch ein bisschen rote Baken geben wird. Und so stört da dann, ist das dann rot genug, ich kann gut sagen, ich will so sein ohne meine Brille, und dann fehlt mir da da noch, und so sein, wie das dann wird geworden. Ich glaube, mag ich meine Brille mal absetzen, so sein, dass das dann noch ein bisschen rot genug ist, ich weiß nicht, mag vielleicht so sein, soll doch zu sein sein, dass sie das kennen wollten, ich habe mir auch ein bisschen abgefixt, und so sein, das ist ja da, wenn die Menschen dort da nicht läuft, das ist nicht gut gewarnt, und so sein, und dann weg mit dem Stock hier, dort kann man das schauwächsen, was hier, das auch nicht, ich wollte mir das irgendwann mal ein bisschen formen, schauwächsen, und ich sagte, dass sie dann da eine Striebe ist schon mal merken, als dass man sich da ist schon mal geht, eine Striebe merken, da so, da so eine ist, dass einer da noch ein type Schlag hat, was das soll bedienen, weiß ich nicht, aber sie sahen, das klingt etwas dunkler ist, und so wird das dann noch das dort, wenn es die anderen frühen wollen, vielleicht alle das dort haben, weil ich das doch ein bisschen das dort soll, ich weiß nicht, ob er hier bleibt, bleibt, ich glaube, dort wird fein bepasst, mit was ich hier dann habe, mal sagen, dass ich mir dort kein Geld verpenseln, sollen wir das scharfen, ich glaube, dass die Menschen dort an, wenn ich mir die Brille absagen, soll es noch gescharfen, es vielleicht nicht ganz klar, was hängt an, aber dort macht vielleicht schaffen, weil das ist nicht ganz klar, was hängt das ist nicht so, wenn das ist dort man verbarscht, sondern wird dann dort bleibt ich scharfen, ich glaube, werde mich hier noch ein Pencil nehmen, und dann werde ich noch scharfen anmerken, das scharfen anmerken, das scharfen anmerken, wenn ich befein das was aufforschen, wenn wir drei kommen, ich kann nicht so eine Übung für mein selbst, dann muss ich das betaschen, und dann kann ich auch noch Übung machen, dann kann ich auch was meine Bäume beputzen, schiss ich wollte nicht über Menschen die 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 reden und dort jeden Ich habe ihm noch etwas gestranken, damit er nicht zu sein ist, ich habe mich da so sehr vergnübelt. Ich glaube nicht, dass ein Frühmensch sich an die Beine geputzen wird. Wenn es ein Frühmensch dort aufhängt wird, bleibt der Mann am Frühstück verloren. Ich glaube nicht, dass er nicht mehr da ist. Ich werde das einmal probieren. Das Putzmaß habe ich ganz verschlägt. So viel höher wie in der Oren, ich glaube nicht, dass das Geimelswater kein Brot ist. Wenn es ein Frühmensch sich wieder wegputzt wird, wenn es so viel höher ist. Ich habe mich so verschnitten, ich glaube nicht, dass das Geimelswater war da. Jetzt habe ich hier, ich weiß nicht, wo mein Lappen vorwärts geblieben. Ich dachte, ich habe die nach. Na ja, ich habe mein Lappen vorgefunden. Ich wollte, dass es ein bisschen da raut ist. Aber ich dachte, es soll nicht taus oder Stahlbluten. So, ich mache dann ein bisschen was, was da nicht ganz sehr raut wird sein. Das muss ich vielleicht schaffen. Erstmal ist es aber gut klar genug. Aber das ist vielleicht Geld. Das ist alles, was ich dann fange, was da nicht taus oder raut wird. Ich werde leider etwas schaffen. Das ist alles. Mein Lappen, der jetzt ein Stück gerutschreit wird. Ich habe mir noch nicht gesehen. Ich hoffe, ihm gefällt das. Ich glaube, es ist dunkel genug, hell genug. Ich werde auch nicht lange rumbleiben. Wenn ich anfange zu essen, werde mir das alle loslegen. Ich werde mir nicht lange viel verhalten. Von mir. Ich werde mir einen roten Teil vom Tempo. Vielleicht ist das auch ein klein bisschen Knustern und ich kann das nicht einmal Teus oder mit mir geben. Mir ist mir nicht so schön genug, dass ich eine Batenhecke. Ich weiß aber nicht, warum das nicht alles geht. Er wird einmal ein Untertitel gebraucht. Ich will das vielleicht ein Schaufen mit einem Lappen vor und ein Brot. Ich will vielleicht auch noch ein bisschen schaufen. Er wird ein bisschen ein Stück gemacht. Das wird vielleicht schaffen. Ich glaube ja. Da bleibt mir viel weiter, dass es dort unten ist. Da ist viel Dollar Fleisch vor mir. So dann die Menschen das, dann soll einem noch ein bisschen Quash looten. Aber leider sieht man so aus, wenn die Menschen nicht ganz Quash sind, wenn die Toe sind oder die Backen haben. Das dann, ich glaube, das schafft. Ich glaube, ich mag mir da ein Kind noch ein bisschen bemaßen. Da wird nicht ganz so rund, nicht? Ich glaube, dass wir da unten sind. So. Was glaubst du? Das schafft nicht. Ich glaube, das wird schaffen. Ich hoffe, dass es mir nicht gefällt. Ich weiß aber nicht, dass es mit meinen Augen ist. Ich kann meine Augen nicht so reich sein, wenn ich da nicht spielen und checken, ob ich glaube, dass es dunkel genug ist. Ich glaube, das schafft. Gleich noch von Bern, das klingt besser. Da wird auch noch sein. Ich werde die Brille brauchen. Und dann wollen die Menschen das vielleicht nicht so sein können. Da habe ich die Brille. Aber das mag vielleicht schaffen. Na, hier. Ich habe mir jetzt gleich alle bepenselt hier. Da muss ich mir dann noch ein kleines bisschen. So steht. Ich habe mal gesagt, meine Mialerte. Und ich kann auch auf Googles ketten. Aber ich glaube, das schafft. Ich glaube, dass es mir nur geht. Was glaubt ihr? Ich glaube, die Menschen wollen mir sagen, dann kann ich mir Geld abgeben. Und ich glaube, das wird krass. Die Schmacklöten sind alle. Ich glaube, das wird alles abgeben. Ich glaube, das wird alles abgeben. Das klingt besser. Ich habe Freude auf. Und ich will mir das frühst. Und das klingt besser. Ich kann lernen. Was das dann alles ist. Für frühst. Das schaffen alle mit mir. In der Fabrik. Und das wird vielleicht hingehen. Mal sagen. Wir haben auch noch nicht euer gedauert. Der hat das Öl so lange geschauft. Und ich sehe bloß am Ende. Ob er nicht will, er hat nichts soll. Und heute früh ist es auch da. Und dann klingt besser, dass ich mir heute mit dem Teufel. Und ein bisschen Schmack angetreten. Und dort wird vielleicht ein bisschen besser da. Bei den Menschen alle. Und dann wird es ja kein Beruf da. Mit seiner Frühe. Und dann wieder alle. Können taub spazieren. Na ja. Ich sind da nicht bereit. Ich glaube, das schafft. Na ja. Ich wollte sagen. Wo das aufgehauen. Und was schön das hat geschmeckt. Mir wurde es so eingefallen. Wenn man so Hohensbrotten hat. Aber da glaube ich. Die Menschen nicht alle. Ich glaube. Ich kann mich das auch nicht machen. Ich glaube Menschen. Die haben sich das auch noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie da tun. Ich glaube, dass sie auch noch. Ich wollte mir das auch ein bisschen bepenseln. Und dort noch ein bisschen dunkler ist. Denn es sollte sein. Es sollte sein. Meine Bräu ist vielleicht nicht ganz stark genug. Ich kann das nicht so leicht sein. Aber ich glaube, dass es mir geht. Ich glaube, die Lappen würden mit Darm so. Vier Dollar können das hier raus sein. Aber. Aber. Die darf man ja nicht tösschen. Na jo. Jetzt soll es schaffen. Na jo. Ich gehe wieder. Wie vor dem Bild. Ich glaube. Ich bin irgendwie gekommen. Die Stuhlbrüte. Ich wollte sein. Wie fände ich mich hier. Abgedebert. Dann. Er gestrahlt. Na jo. Dann sollen wir uns weiter. Odoi. Na ja. Ganz spannend für jeden. Ich will Ihnen doch noch wissen. Ab dem Sagenherrn habe ich Ihnen noch etwas Klaren gefunden. Ich dachte, das würde auch noch fein sein. So tun die Menschen dann immer. Und dann nicht mehr bloß mit euch. Da können wir noch fein sein. Die so einen Menschen tun sich immer fein. Und ich dachte, dann würde ich auch. Wenn wir bloß 1 Dollar für 2 Steck. Ich dachte, das würde gut schaffen. Ich komme wieder nur noch anmerken. Das ist das. Und dann wollte ich dann auch viel besser bepassen. Guck mal. Das tut nicht bloß einfach so ein Strang. Jo. Ich wollte mal ein Seuer abpassen. Das hat mich nicht toll. So ein Beruf. Ramagundo. Und ich habe mich nicht toll. Das war nicht toll. Ich hatte das allein. Und ich war ein Haar. Ich wollte Haar nicht so. Ich wollte auch viel Arbeit geben. Aber von der wollte dann. Und wenn ich mich gefragt habe. Und es gab mir die Frage, dass ich da besser mag. Es sind alle, die das gemacht hat. Und dann würde ich mich auch noch nicht so helfen. Und dann bin ich ganz zufrieden. Ich wollte nur meine Tasche holen. Und alles was mich gefällt. Und dann geht es wieder. Und dann sage ich auch dich. Und es scheint zu gehen. Vielen Dank.